So, und damit herzlich willkommen zurück zu Mafia 2, dem Let's Play hier bei dem Kegel-Let's Player. Ein herzerfrischendes Moin Moin, sag ich da erstmal. So, wir müssen uns jetzt erstmal Klamotten anziehen. Was haben wir denn schönes im Schrank? Mehr nicht? Saftladen. Naja, was soll's. So sieht auch nicht schlecht aus. Naja, gut. Einmal die Tür öffnen. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich geh zurück und werd wieder angeschossen? No. No. Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit dieser Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Papa Lardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm. Und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprich's. Grazie a Dio. Na ja, dieser Typsy, also Derek, wo wir dann noch zum Hafen hin müssen, der ist auch nicht so ganz das Wahre, aber dazu dann später mehr. Ey, du Pümpel, sei nicht so neugierig. Wie heißt der? Mike... Monstre? Ach du Scheiße. Komischer Name. Na gut. Dann. Wollen wir erstmal... Achso, jetzt krieg ich mich doch nicht. Es ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst. Was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Träck, du Arschloch. Ach ja? So, jetzt gibt's Prügelei. Komm her, Kleiner, dir werd ich's zeigen. Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, bitte, du machst alles, das ist auch schlimmer. Ja, ja, der kriegt jetzt aber schön eins aufs Maul. Wow. Bitte hört auf, ihr braucht euch nicht zu prügeln. So. Und jetzt erteilen wir dem Penner mal eine Lektion. Und BÄM! Aufs Maul! Oh, wir haben eine Errungenschaft eingeschaltet. Ist ja Knorke. Wach! Peanuts! Scheiße! Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück, sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht, Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge, ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche's dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Jawoll. Dann gehen wir doch mal zu Joe. Was ich euch vielleicht auch noch kurz so auf den Weg mitgeben sollte, es könnte sein, dass irgendwie ein, zwei Parts von Mafia 2 hier auf YouTube dann gesperrt wird. Ich werde das dann so machen, dass ich die Videos dann bei BlippTV hochlade. So wie ich das mit dem einen Part von Saints Row The Searching gemacht habe. So, ich warte mal hier kurz. Das hast du mich erst vor zehn Sekunden gefragt. Ach, ist doch wirklich zu mir. Was hast du denn eigentlich dauernd? Du brauchst Ewigkeiten und mir ist kalt. Setz dich doch in den Wagen, wenn dir kalt ist. Im Wagen ist es auch kalt. Los, jetzt reparier diese Schottkiste endlich. Ich würde längst fertig sein, wenn du mir helfen würdest, statt dauernd rumzunörgeln. Ich nörgle überhaupt nicht rum. Ach ja? Wenn du mit dem Schraubenschlüssel so geschickt wärst wie mit deinem Mundwerk, wäre die Scheißkarre längst wieder flott. Ach, du bist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Kein Wunder, dass sie dich bei einer Army nicht genommen haben. Ach, das musste ja jetzt wieder kommen. Klar. Äffelsmann Frank, der ist Kampfpilot. Und Mangretsmann Charlie, der steuert ein U-Boot. Ich warne dich. Mein Mann? Ach, er ist untauglich. Er arbeitet in einem Gemüseladen. Weißt du was? Reparier die Karre doch selbst, du blöde Schlampe. Sehr freundlich, der Typ. Ich wäre viel freundlicher gewesen, ne? Brauchen Sie Hilfe? Allerdings. Hoffentlich beherrschen Sie es besser als mein Ehemann diesel Null. Ja, aber mal gucken. So, das war's schon. Ich musste nur hier und da kurz mal fummeln. Wirklich? Tja, vielen Dank auch, schöner Mann. Bitteschöne Frau. Keine Ursache. Macht 50 Dollar. Okay, Rechnung kriegst du zugeschickt, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Oh, und es gab eine Errungenschaft. Ach ja, ist ja ganz normal. So. Äh, wie gesagt, wenn irgendwie, äh, ein paar Videos, ähm, bei YouTube jetzt gesperrt werden, die werde ich dann, wie gesagt, auf blib.tv dann hochladen, weil da habe ich jetzt auch einen eigenen Kanal eröffnet. So, dann wollen wir mal zu Joe gehen. So. Oh, das wird jetzt lustig. Verzeihung, Ma'am, wissen Sie, wo Joe Barbro wohnt? Rechts von der Treppe. Und er soll nie wieder so'n Krach machen wie letzte Nacht. Wenn's ihm hier nicht gefällt, soll er woanders hinziehen. Sehr freundlich. Ich guck doch mal eben hier nach oben. Vielleicht liegt da irgendwas Schönes. Weil hier, bei dem Spiel müssen wir ja auch so ein paar, ähm, Heftchen sammeln. Die jetzt, ähm, obwohl, soll ich die alle mitsammeln? Dann müsste ich dann erstmal in das, ähm, Dingsbuch gucken. Hm. Tssst. Ähm, hey. Sprech? Nee, überhaupt nicht. Rein in die gute Stube. Ekelhaft, das Schwein. Hab die Mietzen hier auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich wart schon auf dich. Nee, nee. Okay Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hopp, hopp. Komm schon, Joey. Warum denn aufhören, wenn wir jetzt alle unseren Spaß haben können? Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben ne Menge zu bereden. Tja, dir scheint's ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klagen. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt hab. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung. Aber ich werd ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahl seine Schulden, komm auf die Beine und such mir eine eigene Wohnung. Aber mit Fabrikarbeit mach ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Von 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Als erstes muss ich dich Giuseppe vorstellen. Dort holen wir die Entlassungspapiere ab. Los geht's. Na, der Mann, ciao. So, folge Joe. Hast du nur drei Jahren genug Zaster für all das hier gemacht? In den letzten drei Monaten. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, mich richtig einzurichten. Drei Monate? Scheiße. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Aber du hast Glück, Alter. Du kennst mich. Na, dann mal los. Weißt du schon, was du machen willst? Du hast gesagt, du wirst mich diesen Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Nein, nicht direkt. Naja, das Übliche halt. Nettes Mädchen finden, Familie gründen. Oh, hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Sag mal, könnte ich vielleicht... Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern ein Jeep. Was ist denn Jeep? Das... Vergiss es. Lässt du mich nun fahren, oder was? Okay, okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Okay, wenn es richtig saukalt ist, gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe, ich weiß. Okay, und jetzt rechts abbiegen. Dann eine Weile geradeaus. Alles klar, Navigationssystem. Ich weiß genau, wo es lang geht. Hey, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Ich fahre ja auch wie die Bekloppten, wie man es gerade sieht. Naja, ich bin nicht besser. Was soll's. Hey, Rita. Weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du's bezahlen musst? Ich sollte vielleicht nicht so schnell fahren, bevor die Bullen wieder aufmerksam auf mich werden. Wir haben dir da drüben wirklich das Autofahren beigebracht. So hat alles sein Gutes. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so schnell sagen werde. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so schnell sagen werde. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so schnell sagen werde. Oh, nein, Baby. Huhu, schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Mhm. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche mit... Willkommen in Giuseppes Laden. Ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles. Sogar gefälschte Waffenscheine und Armee-Entlassungspapiere für diejenigen, die keinen Bock haben, sich abknallen zu lassen. Wow. Respekt. Giuseppe, ich hab einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safe-Knacker in ganz Empire Bay. Ah, gib mir Ruhestand.